Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Voxel Battle Simulator, ja sowas richtig, zu mit mir den lieben Slants. Ja, oben links, oder oben, ich weiß noch nicht ob links oder rechts, oben steht auf jeden Fall Werbung drin, denn ich habe den Key bereitgestellt bekommen vom Publisher-Entwickler. In dem Sinne vielen Dank nochmal dafür, dass ich das Spiel testen darf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Mission rein. Ja, ich kann nicht mehr reden. Und wir werden jetzt einfach nochmal, ja, noch ein Part sozusagen testen. Ich habe jetzt doch direkt den nächsten Part aufgenommen und, ja, müssen mal gucken, ach du Schande. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen, weil ich werde wahrscheinlich jetzt die beiden Folgenden erstmal hochladen. Gucken, wie das Feedback bei euch ist, ob ich vielleicht ein paar Tipps von euch kriegen kann. Und wenn nein, werde ich halt die letzten drei Folgen dann, ja, sozusagen nach meinem, ja, YouTube-Pause, ne, YouTube-Pause hört sich falsch an, das kann man falsch verstehen. Äh, ja, nach den paar Tagen, wo ich nicht zu Hause bin, so rum. Äh, danach werden wir uns das einfach dann nochmal angucken. Ähm, wir müssen hier Transporter, hier Transporter, Artillerie brauchen wir. Das heißt, wir brauchen am besten zweimal Artillerie. Ähm, wir brauchen am besten ein Armored Car und davor ein bisschen Infanterie, vielleicht noch einen Transporter. Und ich glaube, hier packen wir mal ein ähnliches Setup hin. So. Also, die Idee soll sein, sozusagen, dass die Infanterie vorne ein bisschen das Feuer erstmal auf sich zieht. Aber anscheinend klappt das nicht so, wie gewollt. Ne, klappt nicht, wie gewollt. Shit. So, ja, also die Idee war, dass die, ja, Infanterie ein bisschen was abfängt. Aber das hat scheinbar kein Stück geklappt. So, das ist weg, das ist gut. Das Problem ist nur, dass die halt noch absolut keinen Schaden haben und weiter auf mich feuern. Ja, das heißt, die können jetzt noch einen Schuss wegziehen, zack, wumm, und beide sind kaputt. Hm. Gut, das heißt, so funktioniert es schon mal nicht. Die beiden Artillerie lasse ich aber drinnen. Ansonsten einfach. Ja, wobei, auf der Seite hat das ja eigentlich gut geklappt. So, das waren, da nehmen wir mal drei. Ein von denen und ein von denen. Ich glaube, auf der Seite spamme ich einfach mal Artillerie. Äh, Infanterie. So, mal gucken, vielleicht klappt das ja. So, und der schafft das da. Wunderbar. Äh, das könnte knapp werden. Komm schon, Artillerie. Ballereien, bitte. Ah, shit. Ja, gut, jetzt schaffe ich es schon nicht mehr, weil jetzt können die beiden halt da drauf schießen. Und, ja. Machen halt schon Schaden. Und da ich nicht deutlich mehr Schaden mache, wird das, glaube ich, nichts. Und da irgendwo noch ein Einzelner rumtouren und beide da drauf schießen. Na, toll. Ja, dann wird das nichts. Na. Genau. Wird halt leider nichts. Äh, und wenn ich einfach nur Infanterie baller. So. Hier wieder so ein bisschen Kombi. Hier noch ein Transporter mehr, wenn ich das so mache. Aber das Problem ist natürlich, dadurch, dass ich halt viele Leute auf dem Haufen habe, ist die Artillerie von denen halt sehr effizient. Aber, so wie es aussieht, hat das wirklich was gebracht? Also, irgendwie verstehe ich die Logik dahinter noch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Na, ja, zack, weg. Und du jetzt auch weg. Danke. Gut. Ähm. Ich glaube, dann mache ich einfach wieder Armor auf die Infanterie, dass die halt einfach länger leben. Zumindest bilde ich mir das ein, dass das so klappt. Und einfach, weil das eben funktioniert hat. So. Zwei Transporter, jeder. So. To battle. Oh, sterben ganz schön viele von mir, glaube ich. Aber, tatsächlich, deren Fahrzeug hier ist schon weg. Oh, da ist ja auch noch eins. Shit. Oh, ich glaube, das wird nichts. Äh. Ne. Das wird nichts. So. Geht da hin. Wenn ihr das schnell wegkriegt. Nein, kriegt ihr nicht. Gott, ich habe verloren. Shit. Ähm. Wie machen wir das dann? Wir könnten hier tatsächlich mit ein bisschen Artillerie arbeiten. Oder ein bisschen mehr Artillerie, eher gesagt. So. Machen wir es einfach mal so. Mal gucken. G-G-G-G-G-G-G Ja, genau. Das ganze Dorf einmal platt machen. Na, komm, ballert da rein. Ja, danke. So. Die schießen jetzt noch einmal da rein. Die Artillerie schießt da drauf und meine schießt schon auf die. Oder? Ja. Zack, eine ist weg. Obst, hat der ganze Wald einfach weg. Und, buff, weg ist es. Ja, gut, ich glaube, so allmählich habe ich einen Dreh raus. Machen wir nochmal ein bisschen Leben. Dann halten die vielleicht ein bisschen länger. Uh, 1800, da kann ich ordentlich Artillery spammen. Machen wir mal so. Und tatsächlich hier wieder meine hübsche Infanteriewand. Zack, zwei sind weg, drei sind weg, vier. Gut, die meisten von meinen Leuten aber auch. Aber tatsächlich auch wegen Freund Beschutz. Beschutz? So, nicht Beschutz. Uh, das war der Wald. Ah, gut, schaffe ich nicht. Ja, vorbei. Eine ist erst weg. Die stehen halt ziemlich auf dem Haufen. Ah, ich könnte es vielleicht noch schaffen. Weil die hier wurde ja noch gar nicht angekratzt. Oh nein, jetzt schießen die alle drei auf einen einzelnen. Naja. Okay. Ah, komm. Ah, nee. Das schaffe ich nie im Leben. Naja, das schaffe ich nicht mehr. Dafür mache ich zu wenig Schaden. Weil die machen halt den dreifachen Schaden. Gut, so klappt es nicht. Und wenn ich einfach noch ein bisschen mehr Artillerie hier verteile und einfach hier erst nochmal ein bisschen meine Truppen zurückführe, dass der erste Schuss sozusagen reingeht und jetzt meine Leute erst hinkommen. Genau, das wollte ich nämlich haben, weil ich glaube nämlich immer noch, dass ich Feindbesch, also Friendly Fire habe sozusagen mit der Artillerie. So. Na, komm. Einmal alle rauf. Danke. Und jetzt auf die drei. Auf geht's. Boah, 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 boah. Vor allem, das muss so, also, muss echt beeindruckend aussehen, wenn man hier so steht und einfach aus dem Wald kommen so sieben, acht Geschütze auf einen zu. Also, unabhängig davon, dass es natürlich nicht gut ist. Davon mal abgesehen. Ähm. Aber ich glaube, das wird echt gut aussehen. Äh, ich glaube, ich gehe hier nochmal in Half rein. Dann überleben die noch ein bisschen länger. Ach, du Schande. Okay. Ich verteile jetzt noch ein bisschen mehr Artillerie hier, habe ich gehört. So. Und ich nehme wieder zweite Reihe Infanterie. Zack. Weil so falle ich zumindest beim ersten Schuss nicht ganz so viele Leute. Hoffe ich einfach damit. Oh, nee. Das wird nichts. Das wird vorne und hinten nicht. Ja, wobei. Das kann tatsächlich noch was werden. Weil die haben keine Artillerie mehr. Das sind jetzt noch fünf Leute. Wenn jetzt nicht alle auf den gleichen schießen. Ja. Cool. Ah, habe ich doch so langsam raus. Ich glaube, dann packe ich hier aber nochmal Damage drauf. Damit die Artillerie mehr Schaden macht. Weil ich halt doch noch ein bisschen mehr mit Artillerie spiele. und wieder erste Reihe weglassen und gib ihn. Zack. Zack. Pfff. Okay. Meine Truppen sind quasi alle weg. Ja, gut. Das überlebe ich nicht. Oder? Nee. Das überlebe ich nicht. Dafür ballern die Dinger zu viel Damage rein. Nee. Ich habe halt noch zu viel Artillerie von denen. Ich habe meine Truppen zu dicht aneinander gepackt. Wodurch tatsächlich halt der erste Schuss von denen die Hälfte meiner Leute schon weggemacht hat. Ja, wobei. Nee, glaube ich nicht. Ich mache nicht so viel mehr Schaden als die. Nee, ich habe nur noch zwei Stück. Das wird nichts. Ja, ich habe am Anfang halt meine ganzen Leute verloren. Ich habe die zu dicht platziert. Das ist das Problem gewesen. Behaupte ich zumindest. Da ich halt nicht unbedingt ein erprobter Stratege oder Kampfstratege bin. Wie auch immer man das nennen möchte. So. So. Einfach ein wenig verteilen. Ja, jetzt habe ich noch deutlich mehr übrig. Okay, oder auch nicht. Naja, der Chavi nicht. Na, wobei. Nee. Na? Ja, doch. Die schießen jetzt alle auf den. Ja, genau. Da habe ich jetzt noch zwei verloren und jetzt schießt da mal rauf. Nee. Oder? Das kann echt knapp werden. Drei gegen vier. Ja, wobei doch. Ich mache halt guten Satz mehr Damage mittlerweile als die wahrscheinlich. Weil ich gehe davon aus, dass die halt nicht geskillt sind. Cool. Ich glaube, dann mache ich hier einfach nochmal den fünften Punkt rein. So. Ach, du Schande. Die haben wieder Artillerie. Das heißt, wieder ein wenig auseinander platzieren, das Ganze. So. und auch hier einmal ein wenig auseinander platzieren. So viel Platz habe ich hier gar nicht, um das auseinander zu platzieren. So. To battle. Zack. Oh. Das ist gut gelaufen. Behaupte ich einfach mal. Ja. Zack. Ja, das ist echt gut gelaufen. Also gut. Es ist nur ein Spiel. Ich verherrliche damit nichts. Nur schon mal so als kleinen Disclaimer. Ähm. So. Äh. Zack. Ich muss ja nur kurz Tom Bescheid sagen. Dann haben wir jetzt noch einen hübschen Punkt. Gehen wir nochmal ein bisschen in den Half rein. Und next mission. Ich glaube, ein oder zwei scharfen wir noch. Okay. Nein. So. Ich glaube tatsächlich jeder zweite und dann so ein bisschen versetzt ist tatsächlich echt gut. Da treffen die Artillerie halt oder trifft die Artillerie so rum. Treffen da nicht ganz so viel. Ich versuche das hier ein bisschen schön auseinander zu ziehen alles. Zack. Genau. Das habe ich nämlich gehofft, dass quasi die Artillerie so nur ein, zwei einzelne angreift. So. Na komm. Einladung bitte nochmal. Danke. Kommen immer noch Soldaten von mir. Cool. Das heißt die Artillerie sollte eigentlich sich jetzt alle auf den konzentrieren. Ja. Genau das habe ich nämlich erwartet oder gehofft. Dass sozusagen wenn einzelne Leute nur vorne sind, dass die einfach das ganze Dorf oder den Bauernhof da platt gemacht. dass halt wenn einzelne Leute vorne sind, dass dann sozusagen die Artillerie halt ihre Kugeln verschießt. In Anführungsstrichen. So. Hier habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so viel Geld. Äh. So. 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 Und hier hinten ein paar mehr. Genau. Das wollte ich nämlich haben. Dann schießen die nämlich hier vorne nur hin und die Mehrheit meiner Leute überlebt dann. Ist das ein Panzer? Ich habe einen Panzer. Ich will auch. Und gewonnen. Vor allem eine Mission geht noch. So. Upgrades. Zack. Leben. Ich glaube tatsächlich Leben und Armor bei denen hochziehen und die Artillerie ist eine gute Kombi. Ich will den Panzer haben. So. Wir haben wieder gut Geld. Und ich versuche tatsächlich auch nicht das bestmöglich zu machen sondern ich versuche möglichst weit voranzukommen einfach um möglichst viel zu zeigen. Weil ich halt auch ein bisschen was zeigen möchte. Aber auch nicht unbedingt die Zeit habe das Spiel jetzt quasi durchzuspielen. Oh. Uh. Macht der Panzer vier Schaden. Uh. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Na. Alle auf den Panzer bitte. Dass der wegkommt. Danke. So. Und jetzt auf die drei. Sollte also noch machbar sein. Bababam. Ich finde das immer so genial wie die Häuser zusammen sinken. Das sieht total cool aus. So. Upgrades. Und machen wir nochmal ein bisschen Armor. Ach komm. Eine machen wir noch. Das Spiel packt mich gerade irgendwie. Hätte ich nicht gedacht dass mich das Spiel tatsächlich so sehr packt. zwei drei und Rest da rein. Zack. Uh. Vier Panzer. Das tut weh. Aber komm Artillerie schießt noch einmal. Ah shit. Oh. Ich würde mal interessieren ob die Panzer quasi auch die Bäume überfahren sozusagen. Oder ob die daran vorbeifahren. Also sehe ich halt bis jetzt gerade nicht weil Artillerie macht halt ihren Job. Sagen wir es mal so. Gut. Okay. Jetzt müssen wir aber wirklich ausmachen weil sonst wird die Folge zu lang. Ich würde sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar Bewertung da. ETC ETC bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.